Ich erkenne dich gar nicht Die verfickten Armhandsen meiner Klassen-Digger-Fragen nach Hausaufgaben Ich hab die gefickt Scheiss Schon seit drei Tagen die beiden hier nach Hausaufgaben Ja, warum nicht? Ich war immer einer, der hat gerne Hausaufgaben gemacht Ja, du bist auch in Armhandsen, Digga Ich hab auch von Armhands geschnurrt, Digga Ab und zu hab ich den so einen Hörer gegeben oder so ne Eiszeugekauft Mein Gott, nie was gegeben Ich werde morgen eine Woche nicht rausgehen, ich werd so sterben, Digga Allah, es tut weh Nee, ich darf zwei Wochen nicht rausgehen Nein, eine Woche Vorerst Vorerst eine Woche, Digga Und danach, wenn es gut läuft, dann nicht mehr Wenn es nicht gut läuft, dann noch paar Wochen Hä, warum, was ist denn bei euch? Warum habt ihr der Ausgangspiel? Ja, weil über 400 Leute infiziert sind Oder 200 irgendwas Wo wohnst du denn, Digga Tirol Tirol? Ich hab von uns in Innsbruck Ja Innsbruck ist in Tirol Tirol ist Bundesland Digga, Österreich macht schlau, ja Mein Gott Was schlau, Digga Österreich ist nur ein Söhne Ich fick dein Risiko, Digga Ich hör mal, ich krieg dich raus und krieg Corona, BITZE Ey, Österreich, in Österreich haben dir das echt gut gemacht beim Dinger Ja, ich dachte, wir haben Freunde Ey, wenn ich mir Corona rumgesucht Ich bin in Deutschland Wir müssen das bei Jungs Du hast viel zu viel Zeit gelassen, mein Gott Ja, das war echt viel zu viel Du warst schon zwei Wochen zu viel Ich bin doch jetzt irgendwie nur noch 5 Tage oder so hinter Italien Ah, Ding, Südtirol, also Italien, es hat seit 3 Wochen Ausgangsperre Der ist jetzt nicht von zuhause raus, wenn die rausgeht, dann strafen wir uns Schläge, glaub ich Wer kennt Schläge? Also, vielleicht, ich weiß nicht, das hab ich gehört, aber straf auf jeden Fall Korre, ich weiß nicht Ja, Nenna, wenn du jetzt rausgehst, kannst du in der Geldstrafe bis zu 20.000 kriegen Oh, du Siki! Was? Was? Ja Ja, er ist verdächtig, der darf nicht raus Wenn er rausgeht, kriegt er Geldstrafe Ich hab mit denen vorhin telefoniert, bin in unserem Ministerium Meinst du mich noch nicht raus? Ich hab oder schotzen, Alter Wirst du echt? Oh, bitte, bitte! Ich sag dir, einer müsste mit Schwarzschützen gewesen sein, wenn er überhaupt tot ist Ja, einer aus meiner Abteilung hat Corona Ja, aber ich weiß ja nicht, dass du auf bist, ne? Aber er ist verdächtig, weil er mit ihm gearbeitet hat, er ist jetzt unter Karinzen und nachgeschossen Entschuldigung Entschuldigung, der hat bei mir... Er hat ihn mir ungelackt, ne? Schwarz, Alter Hat er safe, ich kann wenden Safe war der Mollek Nur in Tirol, ja Safe war aber fake 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 Und Lennart, machst du die Creator-Sachen noch? Ja, Digga, ich... Boah, scheiße Boah, scheiße Boah, scheiße Boah, scheiße Boah, scheiße Ich mag richtig Improvement, Mann Oskar, er merkt die Improvements Ja, jetzt schon Jo, ich hab die Improvements nach einer Woche erst gemerkt Was, was für ein Puff was? Das ist keine... Hallo Kann ich mich gerade eben deine Hilfe haben? Nein Geh weg und schau dir mein Stress vorher Aber bitte Schau mal weg, jetzt mal zu Hause Aber ich f*** dich, wenn du was Falsches eingetan hast, ne? Ich hoffe, alles dich f*** dich Ey, verdammten Österreicher, ne? Halt im Ohr, Digga, ich f*** dein Leben, ich hoffe, alles heiß zu fress jetzt Ich f*** dir Leben Mann, ich bin mir nicht gestoppt, Digga Tschö mal, nicht auf, nur so Was ist jetzt selbst zu dir eigentlich? Ich will ich f*** dich Genauso war's gestern auch, er hat einfach unter dem Cup das Telefonieren angefangen Bopo, du hast uns selbst gebaut und schickt, du hast gar nichts zu hören Ich hab gestern mit dem Duo FNCS warm-up gespielt Dann hat man noch vier Runden und ist in seinem PC abgekackt Und dann hat er telefoniert auch noch, wie ich von drei Duos gepusht wurde Er hat wirklich nicht aufgelegt, wenn ich nicht so rumgeschrien hätte Ich hab den voll angeschrien, er sollt sofort auflegen Nennat wird doch wieder Duo make in the Palace Ja, ne, ich will kein Duo mit haben Und ich will nicht mit Nennat Duo machen Ich weiß, deswegen hab ich's doch gesagt Also warum willst du nicht mit dem Duo machen? Weil du ne Snitch bist, Mann Digga, ich hab einfach nicht gespielt, wen hab ich gesnitcht? Wie dich? Hä? Du warst nicht dumm jetzt, Digga, hä? Haben die es ja noch ruhig, Mann Okay, nein, warte ich Wir haben so Ding, wir haben so Promo gemacht Fuss come back, Fuss come back Wir haben uns so vor Fun einfach zusammengespielt Weil wir gesagt haben, boah, ein paar Runden haben wir gut zusammen geteamt Ja, ja, ja Lennat, schau dir mal, dass niemand was geöffnet Die haben Pellis, ey Die haben Pellis, ey Pellis nimmt sich natürlich ernst, die kleine Hure Ja, alter kleine Hure Pellis, Digga, was hast du gestern Gruppens Huren geändert? Ja, Hurenzünder und so Du hast mal PC abgeschnitzt, Digga Du hast mal PC abgeschnitzt, Digga Nein, nicht wegen dir, er hat es zu uns geschrieben Ja, wieso? Ja, aber ab einmal waren wir alle Hurenzünder Ey, ja, er hat seine Jungs Tage, Tage, er hat den Lasten, er hat seine Feige Ne, ich war gar nicht mehr jetzt Er hat es gegen die One Once gemacht, dann war er schon abgefolgt Dann haben wir Dings halt nicht gespielt, dabei Dann hab ich sogar noch, ich hab noch gecalled Safe, wenn ich jetzt mad in den Cup reingehe, reiß ich nix Da hab ich erste Runde One Pump bekommen, dann ging's los Dann war ich eine Stunde oder zwei Stunden einfach fullmute Dann hab gar nix mehr gesagt Was ist das für uns? Was ist das für uns? Halt die Frise Wer? Hurenzünder Jungs, irgendein Duo, Adina? Ja, nee, das Nee, ich bin komplett kacko, Bro Tu dir was nicht an Das ist die Kinder auch nicht, Bro Und? Haben die Weiße schon, ob du Anwärterliga bist oder ich? Ich hab nur Spaß gemacht letztes, Digga, chill Ja, Alter, gestern hab ich so empfehlen, ich auf albanische Tusen, ne? Was da haben wir schon, Digga? Ey, aber jetzt... Ich hab so ne... Ey, egal, ich sag nichts, bevor es so schlimm sind, Digga, ich tue auf alles Lennart, sowas wird nie klappen, Digga, die albanischen Eltern würden mich töten, verdammt Nein, nein Nein, nein Ich hab schon eine angesnappt gerade Zähl den Bruder, zähl den Bruder-Snap zurück Wir gammeln doch Leru und sowas Er und John und so... Tinder und so'n Scheiß Nee, damit hab ich auch nicht Woher weißt du das eigentlich? Hä? Ich hatte doch mit euch Bezugladen geschehen, da Jabba zurück Scheiß die Abse, Digga, ich hab deine Mutter stirbt Sag, Luca, mach das auch Ja, ich wünsch'n Essen Hey, John hat jetzt... trifft sich mit so einer... äh... Fuse-Frau Hä, was wusste ich, ich bin grad 2 und so... full lost, hä? Aber die ist für euch noch B Was hat mich? Ah, Lennart, komm, du zur Arena, Digga, nervt mich, wieso bist du zuvor mit Trash geworden? Ich bin richtig für euch geworden, eine Woche, ich sprich kann gar nicht mehr Ah, sicher, dann hab ich wieder so... Pernas, Leon, Asuka... Wo ich heim jetzt, wenn man ihn droht Junge, bevor Oskar und ich mit dir du auch in euch spielen, Digga, muss echt viel passieren Was er sagt? Ich ruck's Helmens an, Inschallah, Eisner Wir haben echt andere Sachen zum Improven, Digga Was er sagt, Digga, schau mal, was Freunde werden Feinde Leon, was Freunde werden Feinde Menschen ändern sich, Menschen ändern sich Wo ist Helmens, Digga, ich finde die nicht, wenn man erfährt, Alter Das ist gar nicht online Doch Helmens? Ja Der ist nicht online Doch, schau mal Du hast diese roten Balken, ja, ey, bitte nicht störenmäßig Ja, doch, er ist ehrlich online Ey, ruf die Mann an, ich kann ihn nicht anrufen Also fügt dir mal Colin zu Er ist doch im Colin, du bist in den Sohn Digga, das ist er redet, Digga, ruf ihn an halt Wie soll ich ihn anrufen? Wenn wir jetzt mit Colin rausgehen und ein Quart anrufen, oder was? Ey, Klaus, was... Hä, was lau... Hä? Wer wüscht du überhaupt, Digga? Wo war ich das? Leon, ich merke richtige Improvements Das war schon nach ein paar Minuten, Alter Warum lügst du? Das ist der Beste, Digga Hat ein paar mal Mowgli-Klasse geschafft, er sagt, Dings, Improvements Sehr ehrlich, wenn man Mowgli-Klasse ist geschaut Hey, Musi, wie hast du diese Freifahrten? Nee, das ist das erste, was du mir gesagt hast Oh, Slappy, Digga, das ist komplett einfach Das benutzt nur meine Hände Chill, Murug, er freut sich, weil er Slappy kann lassen Man denkt echt kurz, das war dieses Turnier, wo man ihn mit 35 Punkten oben gesehen hat Weil man 2 Punkten kopiert bekommen Da war er nicht mal Top 100 Nee, Top 500 Hä? Top 500 war ich Hat Helmonds dann auch irgendwie nachgeschaut Du hast es doch sogar nachgeschaut Nein, Helmonds Ich hab mir gesagt, ich Punkte schaute, ich hatte ja irgendwie am Ende 7 Sek Du hast doch geschrieben und meintest so, oh, da sehe ich meinen Namen Ja, das war mitten im Turnier, mitten im Turnier aus Ja, das war mitten im Turnier Ja, du bist gut, Mann Ja, du bist gut, Mann Du bist so schlecht, Digga Du bist so schlecht, Digga Ich? Ja, 40 40 40 hatte ich in dem einen Cup noch eine Runde Ja, die RR, Digga Als Muls Ich hatte auch 38 nach einer Runde Mögen wir dich doch besser Ja, aber ich hatte in dem 2. Cup Ja, ich habe nochmal Komm mal Ich tue es mal Ich habe gar nicht Ich hätte aus der Runde 90 Punkte raushauen können 90 Ja, also das insgesamt 90 Punkte hätte am Ende aber einfach drei flopper play gemacht das ist in der sonne gestellt weil ich halt ein jump head hatte gleichheit ist auf easy of high gegangen dann habe ich aber gemerkt einer ist mit mir in der zone und band das gar über mir dann hatte ich Angst wenn ich den aufs jump head gehen will dass er mir einfach komplett weg biebt dann habe ich zwei flopper abgewartet bin aufs jump head gegangen ab gemerkt ich habe den flotter gar nicht genommen bin in der luft gestorben ja wie viele leute haben den gelebt leute 16 oder so echte das sekteste bei mir waren zehn leute hey wann kommt denn jetzt der pc an heute sonntag ja dann soll ja morgen kommen gar nichts abkommen abkommen Oh, guck mal! Jetzt zieh mal, Alter! Ganz Mist für mich alleine, Digga. Bock nicht! Was hast du für dich allein? Du misst die Meadows Ich habe den Arenas erstmal gechillt aber Wie Punkte hast du? 4k Wie viele Punkte hast du jetzt eigentlich? Ich habe gestern ein bisschen Solo-Arena gespielt, dass du gegangen bist Ich bin jetzt bei 9k Ich bin bei 10 Haben die das echt gut aufgeholt, ich bin nur noch 1k mehr als du Ein Nenner hat mehr als ich Spass Der besser ist Ausgabe, bist du ready? Haben die Menschen wieder eingespielt, dann können wir ja vom Ding her 1-2 spielen Ja ja Wann bist du wieder eingespielt, Digga? Boah Wir werden ja eigentlich streamen Hast du streamen? Ja Ja Boah, neun Zuschauer der Neustürung getitelt Rettet Zeig für Österreich, dass wir die Ausgesperre bekommen haben Ich küsse dein Herz Was sicher das war CDs oder diesen ist das Traft 님이 sich in fuck with g and get so much I'm a kitty kitty I'm a cat 60 or so oh 59 ja 1 vorall I'm a cat ah belege CO die stirbt ah I'm a cat I'm a cat I'm a cat oh I'm a cat big shit or heavy stuff we have 6 minis heavy I'm a cat I'm a cat I'm a cat eigentlich müsste heute Dings kommen wenn der Rennfahrer auskommt was? Dings müsste heute eigentlich kommen dieser Rennfahrer mit dem Kleeblatt wenn der loko nicht morgen nicht morgen also siebzehnter jetzt ist der fünfzehnter warte 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 ja der geht doch nie raus wie soll der Corona haben jetzt ehrlich kommst du rein Oskar? ich hab gar nicht den Dings den Disco mit dem disco in dem Dings es nicht das le pharmacy es liegt digge es liegt es liegt es liegt was kann ich denn Dienstag ist sein awarene ich kann nicht bauen digge Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Da ist ein bisschen Guka mit der Family. das geht nicht bei dir die gleiche schwarze das war genutiger und alles was ich will ja 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 90er pinger 112 pinger mittlerweile 20 Ich weiß aber nicht, ob der schon gestartet ist, da steht noch nichts für. Was? Wie? Wie? Epsilon Ohr 13. Maschallah, Maschallah. Was ist denn der Tod, Digga? Nein. Nein. Voll. Ja, Oskar, heilsch. Ja, Oskar, heilsch. Oskar, vom Atlantis. Oskar, heilsch, mein nächstes Mal an die Regeln. Was soll ich dazu sagen? Deine Presse, du Untersohn. Wie ein Bastard. Halbierig küsst du ein Auge, Digga, aber ich spiel grad bisschen Solarina. Das war weh. Ham, die will nicht mit euch spielen, Mann. Was soll ich sagen? Dann nix. Scheiße. Keiner. Just. Sehr gut. Gib. Ich bin hier Kassimik, Kassimia, Mörderberg, deine Pinchoffer, die... Wieder von unten! freundesliste wird geladen sein name eingegeben passiert gar nichts ganze zeit habe ich gefickt damit er jetzt kann so ein bisschen die gruppe sind ja ja da steht https punkt strich direkt ist gott punkt gg schräg steht danach das ist ja dasselbe Ich bin trotzdem nicht angezogen. Ja, ist gleich noch höher oder so. Wie, Digga, was? Mr. Wolfi, du bist nur ein Sohn. Digga, bitte spielen mit mir Arena. Ich hab alles im Spielpunkt, Digga. Okay, weil ich spiel jetzt mit mir Arena. Ich kann mit dir in die Arena spielen. Ich kann mit dir in die Arena spielen. Danke, hoch rein. Aber ich warne sie, ich kann gar nichts. Ich bin in einer Runde. Welche Runde bist du? Public oder Arena? Arena, Mann. Der Junge spielt doch kein Public, Mann. Digga, ich spiel auch kein Public, jetzt wohnen du jetzt. Was er sagt, Digga, wie viele Leute leben noch. Hä? Digga, Alter. Dennis Kieber ist so scheiße, ne? Ich spiel selber jetzt noch einen Runde. Schau mal, ich hol mir übermorgen das andere. Wie kann sich Fock mal nicht schämen. Ich find's nice. Danke, Fock. Ach, was denn Mensch? Du hast abgeschwommen. Ne? Ich werde das einfach mal schauen. Ich werde das einfach mal schauen. Ich geh gleich Rahu's. Halt die Fresse, Oskar. Wohin gehst du? Das ist halt ehrlich nicht lustig, ne? Ich muss später zu meinem Onkel kurz. Nein, ich schaue auf alles. Ich mach einfach den Prison Break, Digga. Brich von zu Hause aus, wenn meine Eltern schlafen. Okay, ich schaue noch mehr für ihn, ne? Digga, eine machen wir nicht rausgehen. Sicher aus, man. Die haben die. Ich werde jetzt auch mal starten, Digga. Das sind 500 ITM-Q. Stimmt doch, du Bastard. Ah! Das ist Chappo-Schnift-nummer-Test. Und Brett für Brett. 1 zu 2, Junge, Perze. Ich steh neben dir, wenn du barne bist. Das ist doch toll! Deine Mutter ist schwanger. Ich hab bei dir so Bock gefehlen. Das ist richtig böse. Hörn und drauf und aber auch die Brüseigen teilen zusammen mit einer Skoda. Weißt du was für das andere? Noch einer Tote in Deutschland. Schwör? Geil. Zehn Tote jetzt. Das ist eine Bombe. Das ist doch geil. Die Arbeiten, Leute. Ja. Einfach ersticken. Da mach ich mir echt Sorgen an die alten Leute. Pausen. Ja. Ey komm, Digga. Ich werde dir sterben. Du holst dich. Ich krieg da noch so ein Stück. Spanien auch. Plus neun Tote. Noch geiler. Pausen, der hat bei den Papp geklaut. Du holst dich jetzt. Wie ist das? Ich bin schon echt echt. digga leon der schweiz auf einmal plus 841 fälle tschüss auf einmal ja ich bin der beste schau mal was schien dir einfach schießt was ich meine was die sagen das wären weniger leute bei der q ja storm search again 2 gegen krona ausgangsscheren erst erreicht ich war zuschauer ich schaue sieben zuschauer so falls wir so lange stecken ich muss das ausschaut du weißt was ich merke warte warte storm storm a g a i n ja 2 hat er sonst schon gestartet digga doch er muss gestartet haben äh digga der kot kam gerade erst ja er muss aber gestartet haben und wenn der ding ist im queue oh wow digga digga ja was kannst du es mir erklären kannst du es mir erklären kannst du es mir erklären ich habe bei dir so ein bauchgefühl dass er es richtig ist digga die hat einfach von der zu zählen er ist gekehrt digga weil ich auch ein ding 60 herz monitor hat digga hä das macht ja keinen sinn dann bringt es dann kann ich dann spiel doch auf 60 du bist schon der größte hunde so weil du auf 120 spielst jeder normale mensch hat mindestens auf 144 digga digga ehrlich immer auf 144 digga das macht mich auch irgendwie so das triggert nicht so hart irgendwie ne du bist die over digga das alles was man denkt wenn man diese zarte umsieht dass du dumm bist digga das war eine Familie 12 von mir? Ja du und mich, 13 nicht Was? Was? Was gab es du und du? Haben die oder was? Volt gab ganz oben Ich hab keine Runde so und hab mich auch gemoved Ja jetzt mit der Skar alter Oh ja, gib ihm hau, gib ihm grüß QDH Family Wollen wir unseren Leidingspot jetzt üben Ein bisschen, darf hier noch Ja Oh mein Gott, bist du cracked, ich hab das gesehen, wie du die Wand geedit hast Das ist RVG Meiß ich nicht, Digga, ich seh's so oft, ne? Ja, ne? Digga Sit down, Digga Sit down, Digga Ja Mein scheiß bastard Kollege hat sich einfach angemeldet, Digga Immer noch, mach dir einfach mal einen eigenen Account Nein, ne, ne, da hab ich keine Skins Ja, hat's Zeiten, wa? Digga, man scheiß, der holen wir das mal Digga, das ist gern den Account Ja, was ist die Dillet, Alter Das ist der scheiß zu uns, hat einfach mal einen Account abgezogen, Mann Ich f*** seine Musik, ja, what the fuck, Digga So ein scheiß Amerikaner, Mann Oh, das ist Bock nicht Bro, schau jetzt, ich hab jetzt keinen Account, Geh Ich kann nicht Fortnite spielen Und ich darf nicht rausgehen Ich gern den auch in der Dillet Digga, mach dir doch einfach einen Slide-Account Nein, Digga, keines Gänzt nichts Ihr habt echt richtig Schuhe, Digga Halt die Fresse, Jungs Spenst, wie war die Joke Oh no